Wir sind uns einig darin, dass es furchtbar ist, aber es bringt nichts auf irgendjemandem im Finger zu zeigen. So, Simply hat ein neues Video, oder war das TwoBotGuys? Beides sehr gute Channel, abonniert am besten beide, vorsichtshalber. Ja, TwoBotGuys, Simplicissimus, beides sehr gute Channel. Ein neues Video, der Untergang von Wetten, dass... Ja, Wetten, dass habe ich damals schon mit meinen Eltern geschaut vor... Oh Gott, das kommt mir vor wie in einem ganz anderen Leben. Ja, das ist... Und vielleicht habe ich mir bei Wetten, dass eventuell auch ein bisschen dieses Intro klauen lassen, sage ich mal. Dieses hier, warte. Let's do it! Guten Abend, meine Damen und Herren. So, ja, vielleicht habe ich das, vielleicht ist es ein bisschen davon inspiriert, man weiß nicht genau. Vielleicht haben die auch bei mir geklaut. Heutzutage ist das einfach jemand inspiriert, die andere... Jeder ist irgendwie inspiriert, ihr wisst, wie es läuft, ja. Und, ja, deswegen, ich gehe mal ganz kurz rein. Untergang weiß ich nicht, ich kenne die Quoten nicht. Ich weiß nur, Thomas Gottschalk ist irgendwie zurückgetreten auf eine, ja, sehr eigentümliche Art und Weise, weil er einfach auch aus einer anderen Zeit stammt, sage ich mal. Ab einem gewissen Alter ist man ein Zeitreisender und dann entscheidet sich, ob man sich den neuen Zeiten anpasst oder ob man einfach stur an damals festhält. Ähm, ich glaube, irgendwann tritt das ein. Ich weiß es selber noch nicht genau, ja, aber ich werde euch davon berichten, wenn es soweit ist. Jetzt erst mal der Untergang von Wetten, dass? Ein Samstagabend. Du bist neun Jahre alt, frisch gebadet und schon im Schlafanzug. Deine Familie sitzt im Wohnzimmer um den Fernseher herum. Auf dem Tisch stehen Gummibärchen und Flips. Deine Oma hat dir eine heiße Schokolade gemacht. Hat sie nicht, aber ich will diese heiße Schokolade jetzt. Du bist eine Verantwortung, gib mir jetzt die heiße Schokolade. Wetten, dass? Heute aus Mannheim. Thomas Gottschalk trägt mal wieder einen lustigen Anzug. Zu Gast sind Karl Lagerfeld, Steffi Graf und Johannes Bekerner. Elton John singt ein Lied. Ein Mann bläst Kerzen mit der Nase aus, ein anderer löscht eine brennende Hütte, indem er Wasser darauf spuckt. Und 15 deutsche Zimmermänner schlagen aus einem nicht nachvollziehbaren Grund innerhalb von dreieinhalb Minuten 2000 Nägel in einen Balken. Pierce Brosnan muss ihnen dabei zugucken. Ganz ehrlich, wenn man das so sieht, es klingt alles furchtbar durcheinander und irgendwie super weird. Aber es ist, als würde man heute YouTube gucken. Es ist einfach, als würde man heute YouTube gucken. Genau der gleiche Content. Irgendwer macht irgendwas und Leute gucken faszinierend dabei zu, so, oh, okay, das habe ich für mein Leben gebraucht. Ja, ist genau das gleiche wie heute. Du hast ein warmes Gefühl im Bauch. Alles ist gut. Wetten, dass? war die größte deutschsprachige Show, die jemals existiert hat. Michael Jackson, Madonna, Britney Spears und viele weitere Weltstars waren zu Gast. In ihren Hochzeiten hatte die Show über 20 Millionen Zuschauer. Doch Wetten, dass? war mehr als nur plumpe Unterhaltung. Wie keine andere Sendung hat Wetten, dass? gezeigt, wie wir uns als Nation wahrnehmen. Wie wir miteinander umgehen, worüber wir sprechen oder auch lieber nicht sprechen. Und welche Macken wir von Generation zu Generation weitergeben. Ich bin ganz ehrlich, ich fand die Anzüge von Thomas Gottschalk immer nice. Ich weiß, ob ich sowas selber tragen würde, keine Ahnung. Aber ich fand die Anzüge immer nice. Also seine Maskendesigner oder wer immer dafür verantwortlich war, ist schon cool. Ja, gleiches gilt für Hella von Sinn. Die Anzüge von Hella von Sinn auch immer völlig over the top. Vielleicht überhaupt gar nicht passend in die, ich sag mal, Mainstream-Gesellschaft oder bla. Aber die waren immer, die waren immer nice. Wetten, das ist ein Stück deutscher Kulturgeschichte. Seine Frau war das? Cool. Coole Frau. Und doch ist die Show irgendwann tragisch abgestürzt. Wie konnte das passieren? Guten Abend, meine Damen und Herren. Bitte probieren Sie das nicht. Du hast ja immer einen Spruch drauf. Aber ganz ehrlich, das ist doch genau das Gleiche, was heute auch funktioniert, was heute immer noch läuft. Eigentlich haben sich die Menschen nicht geändert. Die Gesellschaft an sich vielleicht schon, ja, so in gewissen Bezügen oder in gewissen Bereichen, klar. Aber das sind immer noch Sachen, die heute auch noch funktionieren. Ob da jemand in der Badewanne mit Hähnchen badet oder was immer heute, keine Ahnung. Aber das ist im Grunde genommen gleich. Ich ziehe das so langsam. Warte mal. Ich muss noch kurz was. Ich ziehe das so langsam. Hast du gemütet? Ach, jetzt weiß ich, wo ich ihn kenne. Entschuldigung. Ich dachte gerade, das Gesicht kenne ich doch. Wer war das noch? Der Bruder von Rusted Development. Entschuldigung. Da wird immer der Bruder von Rusted Development sein. Okay. Ich war nur kurz irritiert, wo ich den kenne. Dann sage ich dir lieber nichts mehr. Ja, Job, ja, Job, Mann. Genau der. Bei Wetten, dass sind oft Dinge passiert, die man so nicht kommen sehen hat. Auch in unserem Alltag können unvorhergesehene Dinge passieren, vor denen man sich womöglich absichern will. Wenn ich doch nur eine App hatte, die mir vielleicht die beste Versicherung raussuchen würde. Die Deutschen wollen unterhalten werden. Das Wirtschaftswunder ist in vollem Gange und schon bald steht in jedem Haus ein kleiner Röhrenfernseher. Ein Symbol für ein gutbürgerliches Leben. Man kann sich auf nie dagewesene Weise informieren und unterhalten. Und seine Kinder parken. Wöchentlicher Höhepunkt ist der Samstagabend. Dann müssten Sie wissen, dass wir heute wiederum in Hannover sind, diesmal am Matschsee. Hans-Joachim Kuhlenkampf ist in den 60ern Westdeutschlands größter Showmaster. Er ist locker, charmant, allseits beliebt. Er moderiert verschiedene Quiz-Sendungen und Talkshows bei den Öffentlich-Rechtlichen. Seine erfolgreichste Sendung ist Einer wird gewinnen. Die Stars kommen aus In- und Auslands. Die Spiele sind oft albern, manchmal aber auch anspruchsvoller und mit Bildungsauftrag. Das ist Voltaire. Das ist Voltaire, gehört. Friedrich der Große. Richard Wagner. Und Friedrich Nietzsche. Spielshows waren damals noch ein bisschen unaufgeregter. Auch heute müssen die immer sehr, sehr bunt sein, sehr laut, sehr viele Effekte. Das hat sich auf jeden Fall geändert. Leute mögen heute sehr viel bunt, sehr viel laut, sehr viele Effekte. Eine Show nach der anderen mit neun Moderatoren schießt aus dem Boden. Häufig sind es Kopien von amerikanischen Formaten. 1981 vereinigt Moderator Frank Elstner das Beste aus allen Shows zu etwas völlig Neuem. Eine Mischung aus Talkshow, Gameshow und Hitparade. Nach nur vier Jahren erreicht die Sendung allein in Westdeutschland über 23 Millionen Zuschauer. Nie haben mehr Menschen eine deutsche Unterhaltungssendung gesehen. Es ist eine Show für die ganze Familie. Das sind Zahlen, die haben wir bei Twitch noch nicht. Ja, da müssen wir nochmal gucken. Ich hoffe, das werden wir noch irgendwann erreichen. 23 Millionen Zuschauer sehe ich einfach bei uns. Die Wetten sind wenig spektakulär, fast schon übervorsichtig. Elstners Moderationsstil ist höflich, seine Sprüche brav, er siezt seine Gäste. Matthias, Sie sind ein Schmied mit Leib und Seele. Und haben auch eine eigene Schmiede. Und mit was beschäftigen Sie sich am meisten? Ja, mit allem, was man so machen muss. Jetzt habe ich eine Bitte an Sie zu Hause, liebe Fernsehzuschauer. Bitte probieren Sie das nicht. Weil ich habe da auch ein bisschen Sorge davor. Nach sechs Jahren will er die Sendung abgeben. Das ZDF steht vor der schwierigen Aufgabe, einen Nachfolger für ihr Kronjuwel zu finden. Sie entscheiden sich für jemanden, der bereits bei Wetten, dass zu Gast war. Ich glaube, man könnte sagen, okay, für Leute, für Leute, die heute sehr jung sind, ja, die vielleicht Stefan Raab auch nicht so miterlebt haben, eventuell, ja, so weit sind wir schon. Ähm, ich glaube, Thomas Gottschalk war so der Stefan Raab der Vorgängergeneration. Laut, frech, ja, immer ein Kessenspruch auf den Lippen. Äh, aber die Zeiten haben sich halt ein bisschen geändert. Die Super, ja, die Supernase mit Mike Krüger, die Supernasen, oh, was da, puh, hu, 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 ja, nun. Du hast ja immer einen Spruch drauf. Wie fällt einem eigentlich so viel ein? Ich weiß nicht, ich meine, ich rede meistens, bevor die Leute reden und dann, das ist so. Thomas Gottschalk ist anders als Elstner. Er hat sich in der Unterhaltungsbranche bereits einen Namen gemacht. Aber Karate müsstest du doch können. Klar, ein paar Hammerschläge habe ich schon drauf. Willst du mal sehen? Hüff! Er ist nicht nur Schauspieler, er gilt auch als Schauspieler. Ich muss dazu sagen, der Humor war damals auch ein anderer. Wir machen einfach weiter, ja, wir, komm, wir, 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 wir vergessen das. Der Humor war damals besser? Aber Karate müsstest du doch können. Klar, ein paar Hammerschläge habe ich schon drauf. Willst du mal sehen? Hüff! Er ist... Ich lache mich schlapp, das hat mich überzeugt. Ja, welch ein großartiger Humor. Ich glaube, es sind meine Lieblingsfilme. Ich möchte sie alle gucken. Nun weiter. Er ist nicht nur Schauspieler, er gilt auch als schlagfertiger Moderator. Besser als in der Grange schieben? Halt die Fresse! Ich bin immer nur dann sauer, wenn man mich ärgert. Ist es eine Live-Sende? Und er hat einen gewissen Charme. Die Andrea kümmert sich dann um den Gewinner, da wäre ich jetzt schon eifersüchtig. Gottschalk ist jung, frech und provokant. Er testet gerne Grenzen aus. Wetten, dass hingegen ist eine Familiensendung. Das ZDF geht mit ihm als Moderator ein großes Risiko ein. Gottschalk will herausfinden, wie weit er gehen kann. Er verspricht neue, unkonventionelle Wetten. Wetten, dass Rolf Fischer auf einen 5 Meter hohen Turm kommt, mit Hilfe einer Rolle Toilettenpapier. Wetten, dass Bernd Braun und Ralf Jammerzheim eine in der Mitte durchgesägte Holzbrücke so lange waagrecht halten können, bis eine 50-Mann-starke Dudelsackgruppe im Gleichschritt hinübermarschiert ist. 83 Mann auf 9 Motorrädern, mehr als 100 Meter weit fahren. Michael Marschall aus Rendsburg wettet, dass er 30 Musiktitel am Brustmuskelzucken seiner Freunde... Da, ganz ehrlich, ganz ehrlich, da seh ich heute Monto und Knossi. Da seh ich Monto und Knossi, die sitzen einfach, zucken mit den Brustmuskeln und dann irgendwelche Songs von Lady Gaga oder keine Ahnung. Seh ich einfach. Die Show seh ich. Moderiert von Papa Platte. Ganz ehrlich, ich wär dabei. Da wär ich dabei. Was? Erik und Funk? Nicht Bauchmuskelzucken. Brustmuskelzucken. Ja, das sind das... Tim Vetter aus Rützing wettet, dass er einen Hundennappf schneller ausschlabbern kann als sein Labrador Lucky. Hat Zungemannschwege. Ah! Ihhh! Die Wetten werden unter Gottschalk risikoreicher, spannender, skurriler. Die Wetten sind auch ein Safe Space, um die deutsche Kultur zu feiern. Eine Nation von Kartoffelschälern, Tierliebhabern und Nutzfahrzeugfetischisten vergewissert sich ihrer Identität. Gottschalks unverwechselbare Art hält die Show zusammen. Er ist Clown, Charmeur, Sprücheklopfer, Sunnyboy und deutscher Willy Wonka in einem. Gleichzeitig ist er sehr locker, zugänglich und nahbar. Er testet auch hier immer wieder Grenzen aus. Das trifft mich hart. Ja? Ja. Oh! Ist er eifersüchtig? Sehr. Ich dachte schon, er zieht den Colt raus hier. Ich denke, er spricht kein Deutsch. Gottschalk kann jede kleine Unverschämtheit und jede Anspannung mit einem flapsigen Spruch schlagartig auflösen. Man lässt ihm viel durchgehen, weil er ja selber einen Witz darüber macht. Ich brauche gute Laune, um mich wohlzufühlen. Also erzeuge ich die auch für andere. Das Weglassen der Regeln, das ist Unterhaltung. Dieses sich über Regeln hinwegsetzen und dieses Auflösen. Nur gestandene, leicht genervte deutsche Schauspieler trauen sich, ihm Kontra zu geben. Komm auf den Film zu sprechen, der ist mir wichtiger als das, was du redest. Jetzt im Moment. Jetzt. Oh! Die Frage ist halt, kann er auch mit sowas umgehen? Weil ich finde, da zeigt sich dann oftmals, ne, also du kannst natürlich Show machen, du kannst immer Witze machen und so weiter. Es ist ein bisschen wie beim Pocher, ja, der Pocher kann gut austeilen, einstecken kann er gar nicht. Und ich finde, da zeigt sich immer so ein bisschen der wahre Charakter bei sowas. Er ist einfach sehr, sehr kompliziert und... Ich auch! Ja. Konnte er. Okay, das weiß er mich gar nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Also bei Pocher zum Beispiel, der kann nur austeilen, aber einstecken ist sofort, da ist dann sofort... Da wird die Unterlippe vorgeschoben und dann gibt's sofort... Ähm, ja, kannst du gut einstecken? Ich mach hier nix anderes im Stream. Hä? Ich werd hier in einer Tour beleidigt. Das wissen wir alle. Das wissen wir. Du hast durch deine Filme wirklich sehr viel gezeigt, wie kompliziert du bist. Du hast einen sehr schönen Film. Sah aber grad nicht so aus, das wäre ja begeistert über die Aussagen. Gottschalk schafft eine Wohnzimmer-Atmosphäre. Das Sofa mit den Gästen wirkt wie ein deutsches Familientreffen. Papa Gottschalk und Mama Hunziker hänseln sich mal wieder. Oma Inge Meisel lobt die Sportskanone der Familie Bastian Schweinsteiger. Die künstlerisch interessierte Nichte Lena wird vom nervigen Onkel Bohlen getadelt. Der Urlaubsflirt der Tochter, von dem alle wissen, dass es eh nichts wird, sitzt auch deplatziert dabei. Es wird nur über Wohlfühlthemen gesprochen. Ernstes und Politisches wird konsequent umgangen. So Herr Bundeskanzler, also Sie sehen, fröhlicher Empfang ist auch mal ganz entspannend in einer Runde, wo es nicht um Stress und Dingens geht. Kann man sagen, ja. Auch internationale Stars fühlen sich trotz Sprachbarriere und Simultandolmetscher wohl auf der Couch. I go zur Sicherheit dazwischen. Doppel Streifen, Sekunden zwischen den Handeln. Wir sind immer noch nicht am Knackpunkt angekommen. Wir haben jetzt, bis jetzt sind wir immer noch, das klingt alles noch sehr positiv. Und ich sehe da unten, da wird das Kapitel unterbrochen, das Familientreffen, der Anfang vom Ende. Okay, wir sind noch im positiven Teil. Also wir gucken mal. Ready? 1, 2, 3, 4. Haben wir mit Friendly Fire auch gemacht, verdammt. Gottschalks Nahbarkeit, Selbstironie und Lockerheit wirkt ansteckend. Gottschalk hat, wie er selber sagt, die Menschen entkrampft. Harald Schmidt Der Marktanteil liegt in den 80ern und 90ern regelmäßig bei über 50%. Zwischen 15 und 20 Millionen Menschen schauen sich die Shows an. Wetten, das gilt als größte Show. Ich will Gronkh auch in einem roten Glitzerkleid sehen. Ihr habt mich schon im Kleid gesehen. Also einige von euch, die Friendly Fire geschaut haben. Und ich muss sagen, ich finde, ich hab's gerockt. Format wird in die ganze Welt exportiert. In die Niederlanden heißt es Wetten, das. In Spanien, Que Apostamos. In den USA, Wanna Bet. Die Wette auf Gottschalk zahlt sich für das ZDF aus. Gottschalk und Wetten, das sind die unangefochtene Spitze der deutschen Samstagabendunterhaltung. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Der Anfang vom Ende. Yes, Conny. That is your umbrella. Ist das gerade das erste Big Brother, was immer noch das beste Big Brother war? Ja, Conny, das ist dein... Jürgen und Slutty. Anfang der 2000er. Aus den USA schwappen immer mehr Formate herüber. Das deutsche Privatfernsehen verbucht einen Erfolg nach dem anderen. Die Shows werden schneller, verrückter, aufregender und teils niveauloser. Es gibt neue TV-Stars und Showmaster, die unterhalten und polarisieren. Wollt ihr, wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen eurer Stimme und einem Eimer Scheiße? Der Eimer. Bei Wetten, das hat sich seit mehr als 20 Jahren nicht viel verändert. Es gibt immer noch Baggerwetten. Die Gäste heißen immer noch Peter Maffay und Iris Berben. Jede Sendung dauert Minimum drei Stunden. Ab 2003 verliert Wetten, dass jährlich rund eine Million Zuschauer zwischen 19... Sie haben es ja auch selber gesagt, es gibt inzwischen viel mehr Auswahl. Inzwischen gibt es halt online, du kannst Online-Sachen gucken und so weiter. Früher, früher hattest du halt Fernseher, da hattest du vielleicht noch einen Knopf oder vielleicht hattest du da schon eine Fernbedienung. Und du hast die Auswahl zwischen fünf, sechs Programmen oder so. Später mal sieben, als RTL und ProSieben dazukamen und so wurde es langsam mehr. Es waren viel weniger Sender. Heute hast du ein unfassbares Überangebot. Es ist aber früher ganz andere Zeiten. Wenn du deinen Marktwert von 50% hattest, heißt das nicht, dass du wahnsinnig erfolgreich bist, sondern es gab einfach wenig anderes, was du gucken konntest zu der Zeit. Das war einfach der Grund. Heutzutage hast du viel mehr Auswahl und vielleicht hatte Wetten, das auch das Problem, dass sie immer im Grunde genommen ihrer Zielgruppe treu geblieben sind. Und das ist ein bisschen wie bei uns. Die Zielgruppe ist dann halt mitgewachsen. Die wurden immer älter, immer älter, immer älter. Und man hat es aber versäumt, sich irgendwie einem jungen Publikum zu erschließen. So wie wir das ja natürlich machen. Bruder, den geht jemand los. Ne, ernsthaft. Man hat sich, man hat glaube ich versäumt, dann eventuell mit der Zeit zu gehen, weil man natürlich das alte Format wiederbeleben wollte. Und dann wollte man noch ein bisschen, ne, die Retro-Schiene wieder fahren, damit Leute wieder diese Gefühle wie damals hatten. Aber das spricht eben nur die Leute von damals an. Aber nicht unbedingt neue Leute. Die gucken da halt rein und dann schalten die weiter. Oder gucken Netflix oder YouTube oder Twitch. Twitch.com. Äh, Twitch. Twitch.tv. 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 Twitch.tv zum Beispiel. Ja, sehr guter Channel. Äh, geht mit der Zeit. Ist immer, ist immer ein Puls der Zeit, aber weiß nicht mal, auf welcher Plattform er streamt. 1997 und 2009 werden fast alle internationalen Ableger eingestellt. Der US-Ableger hat es nicht einmal über die erste Staffel hinaus geschafft. Das Format kann auf dem amerikanischen Markt von Anfang an nicht mithalten. RTL nutzt die Schwäche des Kolosses aus und wagt im Jahr 2007 den Frontalangriff. Zum ersten Mal lassen sie mit Deutschland sucht den Superstar eine großproduzierte Live-Show gegen Wetten, dass antreten. Der Marktanteil von Wetten, dass rutscht auf ein Rekordtief von 33,5 Prozent. Wetten, dass ist schlagbar. Gottschalk fürchtet sich offenbar vor der Konkurrenz aus dem Privatfernsehen. Seine Sendung muss irgendwie mithalten. Die Gäste werden jünger. Viele kommen aus dem Privatfernsehen. Wetten, dass verändert sich. Auch wenn Gottschalk sich immer noch klar abgrenzen will. Bitte, wir sind hier nicht bei RTL 2, Freunde. Also ein bisschen Stil muss sein. Ich meine im Grunde genommen, ja gut, ja. Ja, aber er hat recht. Er hat recht. Ja, ich sag das hier auch manchmal. Wobei ich nicht weiß, ob ich manchmal das Niveau untergraben. Vielleicht. Weil ihr, weil das ganze Internet einfach ein Rudel perverser ist. 2009 fällt die jährliche Quote erstmals unter 10 Millionen. Spiegel Online schreibt, Gottschalk könne kaum noch Interesse an seinen Gästen aufbringen. Die Interviews verkämen zum Geplapper. Die Wettideen gehen aus. Also, Bagger, Hindernis. Ein riesiger Steinklotz. Und er behauptet allen Ernstes, er fährt mit seinem Bagger über diesen Steinklotz. Die Wetten brauchen mehr Riechen. Was? Er fährt mit dem Bagger über den Steinklotz? Das ist die Wette? Das ist Oskar Wuppenhofel. Ja, Herr Wuppenhofel kommt aus Briedesheim. Und er wettet, dass er mit seinem alten Golf GTI, und das muss man sich mal vorstellen, mit seinem alten Golf GTI will er fahren von Hannover, ja, Startpunkt Hannover, nach Hamburg. Und will es schaffen, dabei in keine Baustelle zu geraten. Ja, top, die Wette gilt. Bin ehrlich, die Wette würde ich nicht mitgehen, aber klingt ähnlich aufregend. Risiko. Ist utopisch, die Welt-Signation unmöglich. Ich hatte eben Kandidaten, wo ein blinder Junge, ich erinnere mich, durch das Kratzen an Joghurtgläsern, der irgendwie die Haltbarkeit Daten erkennen konnte, und wo harmlose Geschichten passiert sind, die aber zusehends schlaffer gewirkt haben. Es gab ja dann aus Amerika dieses Jackass, ich weiß noch, da saß einer in so einem Einkaufswagen und fuhr da mit den Berg runter, aber gut, konnte das nicht ausgehen, aber das war die direkte Konkurrenz gegen die, die damals angetreten sind. Ich finde den Namen Potschalk übrigens ganz cool. Potschalk klingt, also geiler Name, Potschalk, geiler Name für einen Podcast. Da haben wir einer, der gesagt hat, ich springe auf Stelzen über Autos, da habe ich gesagt, das ist Jackass. Und das ist etwas, wo man natürlich sich im Nachhinein sagen kann, muss es denn so sein? Wir wollen auf gar keinen Fall jetzt in einer Situation, wo hier wirklich ein Notfall vorliegt, und Sie haben gesehen, wie es dazu gekommen ist, einfach weitermachen mit Jux und Dollerei. Wir wollen uns ganz... Ich glaube, ich glaube, das war der Punkt an dem Wetten, das war der Turn für Wetten, das. Das Ding ist, wenn du eine Sendung machst, die halt viel auf genau sowas setzt und wo es natürlich erwartet, das Publikum immer mehr, weil so ist Publikum, die erwarten immer mehr, die wollen mehr, mehr, mehr. Da gibt es nie, sondern es muss immer lauter sein, schriller sein, aufregender sein und so weiter. Ich glaube sogar, es soll jetzt nicht herzlos klingen oder so, aber ich glaube, es war unausweichlich. Es war, glaube ich, unausweichlich, wenn man diese Schiene immer weiter reitet und so weiter. Jackass, waren alles gelernte Stuntmen, die Leute bei Wetten, das weiß ich nicht. Klar vergewissern, dass der junge Mann in Ordnung ist, dass Samuel gut geht. Willkommen zum Heute-Journal an einem Fernsehabend, der hier im ZDF leider von einem schweren Unfall überschattet wurde. Viele von Ihnen werden vorhin die Sendung Wetten, dass gesehen haben und sich Sorgen machen. Für Moderator Thomas Gottschalk war es ganz sicher einer der schwierigsten Momente in seiner Karriere, eine Unterhaltungssendung überschattet von einem schweren Unfall. Doch leider hat Samuel sich tatsächlich sehr schwer verletzt. Also die haben bei Jackass, die haben es immer auch vorher gesagt, also die waren keine Gelerntes, Stuntmen im Sinne von, die haben eine Lehre gemacht, ja, aber die haben vorher eben Kurse gemacht. Die haben das vorher, das wurde auch früher immer gesagt davor, heute weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Früher wurde es immer davor gesagt, dann wurde immer gewarnt, macht es nicht selber, ja, die haben das gelernt. Inwiefern die das gelernt haben, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Stand nur mal davor. Ich bin ehrlich, wir haben damals Jackass natürlich nachgedreht, ja, als wir klein waren. Wir sind auch mit dem Einkaufswagen dann irgendwo runter und dann in Büsche rein oder Berg runter, bla, in der Tonne den Berg runter, all möglichen Scheiß. Klar haben wir das auch gemacht, weil wir dumm waren, natürlich, ja, aber kann halt immer was passieren. Das stimmt schon. Ich glaube, ich will gar nicht wissen, wie Schramm ich damals hatte davon. Die Ärzte der Universitätsklinik Düsseldorf heute bekannt gaben. Und da gibt es heute schon weitgehend Gewissheit über so eine Zukunft, wenn auch eine traurige. Die Lähmung bleibt, sagen die Ärzte, der Sturz während der Live-Sendung hat eine Querschnittslähmung zur Folge. Ich erinnere mich natürlich an diesen Moment, weil er ein einschneidender Moment in meiner Fernsehtätigkeit war, weil mir natürlich die ganze Unsinnigkeit meiner Unternehmungen, wenn sie mir nicht schon vorher aufgefallen wäre, spätestens da aufgefallen ist. Und vor allen Dingen, ich finde, man kann auch niemandem vorwerfen damit irgendwie, ich wüsste selber nicht, wie ich damit umgehe mit der Situation. Ich glaube, darauf bist du einfach nicht vorbereitet. Bist du einfach nicht. Warum muss ein Mensch den Rest seines Lebens im Rollstuhl sitzen, nur weil er glaubte, bei mir auf Stelzen über Autos springen zu können? Was ich mir vorwerfe, ist, dass wir dieser beginnenden Gier an Action nicht widersprochen haben. Der Unfall von Samuel Koch verändert Wetten, dass für immer. Nur ein Jahr später hört Gottschalk auf. Unterhaltung muss man nicht ernst nehmen. Ich sage Ihnen. Ja, 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 das sehe ich genauso. Das war nicht die Schuld von Thomas Gottschalk. Achso, sondern von Samuel selber, weil er trotz mehrmaliger Aufforderungen, die es nicht zu tun hat, hat er sich dann dazu entschieden, das doch zu tun. Okay, das weiß ich gar nicht. Das weiß ich nicht. Okay. Aber er hat die Wette vorgeschlagen. Er hat das wahrscheinlich auch, ich nehme an, ich nehme an, er hat das wahrscheinlich auch trainiert vorher. Ein paar Mal. Ist wahrscheinlich über Dinge rübergesprungen, vielleicht sogar über Auto oder so. Puh. Aber ja, ich glaube, Schuldzuweisung ist auch egal. Es gab Proben, der Vater in den Wagen gefahren ist, aber wir sind uns einig darin, dass es furchtbar ist, aber es bringt nichts auf irgendjemandem im Finger zu zeigen. Auch ich habe mich nie ernster genommen als das, was ich für Sie präsentiert habe. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Gute Nacht. Es war eine tolle Zeit. Auf Wiedersehen. Das ZDF steht vor einer unglaublichen Aufgabe. Es braucht einen Nachfolger für eine Show, auf der der Schatten eines furchtbaren Unfalls liegt. Wer kann in die Fußstapfen eines beispiellos beliebten Vorgängers treten? Harpe Kerkeling und Jörg Pilawa sagen ab. Die dritte Anfrage ist erfolgreich. Markus Lanz! Das war ja eine gute Entscheidung. Markus Lanz, man kennt ihn vor allen Dingen auch als sehr guten Entertainer. Als Spaßvogel, als frechen Kek, der die Massen mitreißt. Konzept der Show wirkt schon in den letzten Gottschalkjahren überholt. Doch mit Lanz wird es noch schlimmer. 3. November 2012. Stadthalle Bremen. Die zweite Sendung mit Markus Lanz. Halle Berry und Tom Hanks sind da, um ihren neuen Film zu bewerben. Sie werden eiskalt mit der deutschen Unterhaltungskultur konfrontiert. Wir haben Halle Berry ja auch gerade gesehen in einer sehr, wie soll man, sie war nicht bis zur Unkenntlichkeit bekleidet in der Szene, die wir vorhin gesehen haben. Wie ist das, wenn man sich ausziehen muss plötzlich und da drum stehen 20 Mann? Später soll sie sich bei verlorener Wette ihre Finger nennen. Oh, unangenehm. Ist das unangenehm? Doch Lanz hat spontan eine bessere Idee. Und damit es keine Strafe für sie ist, muss sie nicht mich küssen, sondern Oliver Welke. Hätten Sie es gemacht, hätten Sie ihn geküsst? Ein überforderter Tom Hanks muss später mit aufgesetzter Katzenmütze dabei zusehen, wie drei deutsche Männer in einem Kartoffelsack um ihn herumhüpfen. Tom, Sie müssen das nicht machen, ja? Alles klar. Barry und Hanks sind so entsetzt, dass sie während eines Musik-Acts einfach abhauen wollen. Das wird nur in letzter Sekunde verhindert. Später lässt Tom Hanks sich ausgiebig bei der BILD über das Format aus. Wenn in Amerika eine Fernsehsendung drei Stunden laufen würde, wäre jeder Verantwortliche sofort gefeuert. Wir haben uns echt die ganze Zeit gefragt, was wir da überhaupt machen. Die drei Stunden sind aber nicht das Problem, finde ich. Also drei Stunden, ich finde es sogar gut, wenn Sendungen drei Stunden laufen. So als Special Event finde ich eigentlich gut, wenn das Konzept gut ist. Ja, wenn die Show gut ist. Aber, aber das ist einfach, oh, 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 oh. Wenn du die Übersetzung im Ohr hast, ist alles, was du hörst, dies ist ein sehr lustiger Mann, er macht lustige Sachen. Hier zeigen wir Ihnen einen Einspieler, dies hier ist die Frau, die so tut als ob und auch sie ist sehr lustig. Und dann hörst du nur noch bla bla bla. In den USA entdeckt man die Sendung und ist irritiert. Die New York Times staunt offen darüber. It ended the very German universe. Ja gut, im Ausland, ich sag's mal so, im Ausland sind die Deutschen nicht unbedingt, die sind für vieles bekannt, ja. Nicht unbedingt für ihren Humor. Ja, ja. Aber ich finde eigentlich, der Deutsche an sich, ja, der Deutsche an sich kann eigentlich schon lustig sein. Aber ich finde, unser Humor, ich finde deutscher Humor ist, geht, glaube ich, eher so, und wir hoffen wahrscheinlich, dass es irgendwann komplett darin übergeht. Ich habe keine Ahnung, aber ich finde, unser Humor geht so ein bisschen eher in Richtung britischer Humor. Ist meistens so ein böser Humor, aber man traut sich den oft gar nicht rauszulassen. So habe ich immer das Gefühl. So, das ist dieser, ja, Galgenhumor und am besten für den man sich auch noch schämt. Ja, das ist, das ist, glaube ich, ich glaube, das ist unser Humor. Ja, deutscher Humor gleich Klamauk. Ich bin ehrlich, da bin ich raus. Also Klamauk ist, ich glaube, das war mal. Ich weiß nicht, wie es heute ist, ich habe keine Ahnung. Stammtischhumor vielleicht auch. Vielleicht ist der facettenreicher, als ich dachte. Ich gehe natürlich nur von mir aus. Aber ja, ich glaube, ich glaube ja auch trockenschwarz, da sehe ich den, glaube ich, eher. Aber andererseits, wir haben natürlich sehr viele Bevölkerungsschichten hier. Deswegen ist er wahrscheinlich sehr facettenreicher. Und ich glaube, es gibt bestimmt auch Leute, die gerade gelacht haben bei den Markus Nanzsachen. Die gesagt haben, wow, ich hoffe, der kommt wieder zurück. Ähm. Sehr deutsch. Das US-Magazin The New Republic schreibt, wetten, das sei ein bisschen rassistisch und ein bisschen sexistisch. Waaaaa? Das Konzept sei schwierig zu erklären. Humor da drüber. Humor less weird with terrible taste. Und bestätige leider die schlimmsten Vorurteile über Deutsche. Humor less, etwas seltsam und schlechter Modegeschmack. Okay, ich weiß nicht, was die anhatten. Hatte Lanz nicht einen ganz normalen Anzug an? Ganz normal, okay, das weiß ich jetzt nicht. Das kann ich nicht sagen. Internationale Gäste wirken mit der Zeit immer deplatzierter auf diesem enthemmten, leicht surrealen Kindergeburtstag für Erwachsene. Ich liebe 50 Cent. Er ist ein toller Mann. An dem ist auch was dran. Greif du... Cindy hat großartige Auftritte. Hatte. Der hier gehört nicht dazu. Der hier gehört nicht. Das ist, nein, das ist wirklich furchtbar. Das ist einfach nur furchtbar. Das ist einfach wie so ein... Das ist wirklich wie so ein Unfall, wo man hingucken muss. Nee, man will nicht mal. Das ist einfach... Also Toilettenrennen, ganz ehrlich, Toilettenrennen finde ich nicht das Schlimmste. Kann lustig sein im richtigen, ich sag mal Kontext oder Umfeld. Ein Toilettenrennen, einfach weil es so albern ist, kann man machen. Finde ich jetzt nicht so verwerflich. Auch wenn es natürlich... Es ist degeneriert, aber das wollen wir ja auch. Da sind jetzt die Kleinen drin. Und es sind Eckige und Runde drin. Und ein paar Achteckige. Das ist doch toll. Aus Liebe, aus Leidenschaft heraus. Herzlichen Glückwunsch. Super. Sehr schön. Er muss einmal tauschen. Einmal tauschen. Komm, komm, komm. Schieß alles. Los, 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 los. Komm. Man muss einen Asch treffen. Michael Bublé sagt später, wenn er gewusst hätte, was das für eine Show ist, hätte er vor der Sendung Gras geraucht. Auch der Schauspieler Will Arnett hat Wetten, dass einfach nicht verstanden. Ich war in Berlin. Ich war in Berlin. Ich war der craziest talk show, wenn ich war da. You did? Ja. Ja, die Show ist called Watz und Das. Was das heißt? Ich denke, es heißt, was das ist passiert? They throw a Frisbee. The dog bites it. Three times catches it, bites it. Then they take the Frisbee with the bite marks over to the people. They take off their stuff. And they try to guess from the bite marks, which one of their dogs bet. And I've got a bet as to whether or not they're going to get. It's so convoluted. They were trying to give me a nervous breakdown. It worked. Meanwhile, then the guy at one point is like, at the next break, so and so is going to leave. Would you like to leave the stage? I'm like, yes, I would like to leave the stage. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Die Quoten sinken von Folge zu Folge. Fremdscham begleitet jede Show. Wetten, das erfährt seinen absoluten Tiefpunkt im deutschen Mekka. Auf Mallorca. Das Einzige, was der Arzt mir vorgeschlagen hat, ist Rektalmassage. Stopp, 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 stopp. Das ist eine ganz seriöse. Und da wirst du verstehen, dass ich gesagt habe, das mache ich nur, wenn es der Lanz macht. Was? Am Ende der Mallorca-Ausgabe findet eine sogenannte Lanz-Challenge statt. Lanz tritt gegen jemanden aus dem Publikum an. Er will sich mit einer Frau im Limbo messen. Schlägt sie ihn, gewinnt sie eine Reise nach Hawaii. Samstagabend, ein volles Stadion, Millionen Fernsehzuschauer. Gönn ihr einfach die Reise nach Hawaii. Gönn ihr die einfach. Niemand ahnt, wie unangenehm die Limbo-Challenge werden wird. Was? Ich denke, das geht so. Ich hätte das jetzt so gemacht. Mit Lombarder mit der Wunde. Nene, du machst es nochmal vor, Stephanie, bitte. Aber richtig. Nein, das ist für den Knien. Nein, das ist nicht richtig. Ich habe eine Limbo-Schule früher gleich. Wir können jetzt gerne mal mit die Media gucken, liebe Cindy. Lass die Frau doch einfach und gönn ihr einfach die Reise. Mann, hä? Warum kann man ihr die Reise nicht einfach gönnen? Und puh, dann lass sie doch einfach machen. Ah, unangenehm. Alk hätte vielleicht gewusst, wie man das löst. Lanz schlägt eine Ersatz-Challenge vor. Am Ende gewinnt Howard Carpendale für die unsympathische Wettkandidatin. Howard, das München hat gewonnen. Aber ist die Frau unangenehm? Also jetzt aus dem Kontext raus, so wie es geschnitten ist gerade, finde ich die nicht unangenehm. So wie es geschnitten ist, fand ich das gerade, als ob sie nicht verstanden hat, was sie machen muss. Ah, die war unangenehm. Okay, okay. Also kommt aus dem Schnitt gerade für mich nicht raus. Ich habe die Folge nicht gesehen. Okay, okay, okay. Nicht recht haben, aber diskutieren. Okay, okay, sie ist unangenehm. Deutsche Karen. Okay, okay, na gut. Also aus dem Kontext hier gerade, also so wie ich das hier gerade sehe, erschließt sie mir das nicht. Okay. Na gut. Sie war unbelehrbar, weil ihre Limbo-Variante falsch war. Aber hätte man nicht einfach sagen können, wenn sie es halt nicht weiß und nicht kapiert, dann, also ich fand das schlimmer, jetzt unbedingt auf die Regeln zu beharren, dass es unbedingt so sein muss. Man hätte auch mal ein Auge zudrücken können. Oder? Weiß ich nicht. Aber vielleicht, vielleicht muss ich mir, also mache ich auf keinen Fall. Ich glaube, ich hätte das Ganze vielleicht gesehen haben müssen. Vielleicht habe ich das Ganze gesehen haben müssen. Ich kann nicht mitreden, weil ich die ganze Folge nicht kannte. Ich habe jetzt nur den Ausschnitt hier gesehen, habe gedacht, ja, das ist doch gewinn. Die haben doch gezeigt, wie es ging. Ja, aber manchmal, manchmal ist es so. Alles gut, alles gut. Viel Spaß auf Hawaii. Danke. Ja? Nein, 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 nein. Ich sage mal so, ach, okay, sie fliegt trotzdem nach Hawaii, aber das Publikum ist, okay, das Publikum ist wild. So oft wie hier Leute nicht mal mit der Kielschleuder umgehen können, ja? Man kann ein Auge zudrücken. Man muss es nicht so überernst nehmen. So weiß ich nicht. Nein, 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 nein. Ron kennt die Frau, ich kenne weder die Frau noch die Sendung. Also die Sendung kenne ich schon, aber ich habe die Ausgabe nie gesehen. Aber herzlichen Dank. Ein großer Spaß für dich. Das Echo auf die Sendung ist eine absolute Katastrophe. Die Quote auf einem Rekordtief. Das ZDF gibt bekannt, die nächste Mallorca-Ausgabe zu streichen. Ein Jahr später wird wetten, dass komplett eingestellt. Wenn man bei Limbo verkackt, ist man auch irgendwie schuld. Also ich will mich auf keine Seite stellen, aber es ist ein Millionenpublikum und die Frau wird im Grunde genommen ein bisschen, wie gesagt, ich kenne die Sendung nicht, aber es kommt mir so vor, es wird die vorgeführt. Und alle sind gerade, das Publikum kam mir gerade vor wie Twitter. Ich bring's mal so auf den Punkt. Das Publikum kam mir gerade ein bisschen vor wie Twitter. So, sie wusste alles besser. Okay, wie gesagt, das habe ich hier nicht gesehen, aber wenn ihr es so sagt, okay, ich glaube euch das. Ich glaube euch das. Aber okay, sie war sehr unangenehm. Okay, sie war sehr unangenehm. Okay, gut, gut, gut. Na gut. Aber im Grunde genommen ist auch egal. Die Sendung ist eh vorbei, es ist im Grunde genommen egal. Gibt es doch noch mal ein Comeback. Guck doch noch mal. Nee, lohnt sich für mich gar nicht. Und ich will die Sendung auch gar nicht sehen. 2021. Zehn Jahre nach Gottschalks letzter Sendung. Das ZDF beschließt, die Sendung wiederzubeleben. Drei Ausgaben soll es noch geben. Nostalgie und die altbekannten Gesichter sind schön zu sehen. Es ist aber nicht mehr dasselbe. Wetten, dass hat über Jahrzehnte für besondere Momente der deutschen Fernsehgeschichte gesorgt. Doch die Unterhaltungswelt hat sich verändert. Süß. Und über 26 Millionen Views. Listen, nobody wants to talk about this. Immer weniger Menschen schauen Fernsehen. Das Format Wetten, dass und Gottschalk sind alt geworden. Es wirkt teilweise so, als sträube man sich, mit der Zeit zu gehen. Die finalen Worte von Gottschalk kann aber auch sein, dass man, ich meine, wenn es drei Folgen nochmal geben soll, dann will man wahrscheinlich beim alten Publikum catern. Man will kein neues Format aufbauen. Und ich wiederhole nochmal, ich versuche das Ganze so neutral wie möglich zu kommentieren. Ich versuche nicht dafür oder dagegen zu sein. Ich weiß natürlich, ich kenne auch Gottschalks letzte Worte. Ich bin nicht sehr d'accord damit. Wir haben schon mal drüber geredet. Ich versuche aber gerade so neutral wie möglich zu bleiben einfach. Bestätigen das. Aber das war ja eine Show einfach von den alten Leuten für die alten Leute. Also es ist im Grunde genommen, Recht hat er gehabt? Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Recht hat er nur gehabt, wenn du einfach komplett verbohrt noch in den alten Tagen festhängst und es einfach nicht schaffst, irgendwie deinen Kopf in die Neuzeit zu schrauben. Dann hat er Recht gehabt für dich. Klar. Natürlich. Er hat nur Recht gehabt, wenn du einfach zu verbohrt bist, zu sehen, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt, scheinbar ohne dich. Dann kannst du sagen, oh ja, er hat Recht gehabt mit dem, was er sagt. Aus zwei Gründen auf. Ja, guck mal weiter. Zum einen, weil Gottschalk wollte auch so bleiben, wie er ist und sich nicht verbiegen, wie er sollte. Was auch völlig okay ist, ja, das kann er für sich bleiben. Das ist völlig okay. Er kann das für sich machen oder vielleicht anderswo, aber irgendwie, also, schwierig, schwierig, schwierig. Ich sag mal so, wenn ich mir heute 80er, 90er Filme angucke, die sind alle nicht, nee, nicht alle, aber viele von denen sind nicht so gut gealtert. Ich sage nicht, man muss sie neu drehen. Ich sage nicht, man soll lizenzieren. Ich sage nur, die sind nicht so gut gealtert und sie sind ein Zeugnis ihrer Zeit. Und das ist auch Thomas Gottschalk. Vielleicht bin ich es auch irgendwann. Vielleicht sind wir es alle irgendwann. Vielleicht kommen wir an diesen Punkt. So, das kann natürlich sein. Aber die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt. Weil er viele seiner Gäste nicht mehr kennt. Fair. Der zweite Grund ist natürlich der, dass ich bestätigen das. Er höre aus zwei Gründen auf. Zum einen, weil er viele seiner Gäste nicht mehr kennt. Fair. Fair. Ja, finde ich auch. Völlig legitim. Der zweite Grund ist natürlich der, dass ich, und das muss ich wirklich sagen, immer im Fernsehen das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders wie im Fernsehen. Und das ist auch keine dolle Entwicklung. Und bevor hier irgendein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt, du hast wieder ein Shit, so umher gelabert, dann sage ich auch ab und zu mal, dann sage ich lieber gar nichts mehr. Gottschalk beklagt, dass er im Fernsehen nicht mehr so reden könne wie zu Hause. Naja, ja, ja, na klar. Ich kann zu Hause auch anders reden, als ich hier vor der Kamera rede. Das ist, glaube ich, ganz normal. Das ist, glaube ich, das Normalste auf der Welt. Ich wiederhole nochmal, ja, ich wiederhole nochmal diese japanische Weisheit, dass man drei Gesichter hat, ja, dass man drei Gesichter hat. Du bist zu Hause. Also, ja, aber ich bin vor der Kamera und ich rede hier zu einigen Leuten und das, was ich zu Hause, kann ich zum Beispiel andere Sachen sagen und das ist normal, als ich zum Beispiel vor der Kamera sagen kann. Das ist einfach völlig normal. Und es gibt sogar ein japanisches Ding dafür, dass Menschen drei Gesichter haben. Eins dafür, wenn sie draußen sind, zum Beispiel auf der Arbeit, bla, 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 einfach unter anderen Leuten. Ein Gesicht, wenn sie zu Hause sind, bei Freunde, Familie, sehr eng Vertrauten und eins noch, wenn sie komplett alleine sind. Leute haben immer drei Gesichter. Ja, die ohne Kameraskrochen, sehr sympathisch. Wieder ja, danke schön, Arschloch. Nee, nee, nee. Also ich, äh, klar mache ich zu Hause, nee, blöd, nein, ist kein Blödsinn. Ist einfach, das ist eine alte japanische Weisheit und die kommt schon von irgendwo und das stimmt auch. Guck mal, wenn du zu Hause in einem Kämmerlein gerade auf irgendwas wickst, würdest du das auch in der Öffentlichkeit machen? Gut, ich sehe schon zwei, drei Leute sagen jetzt ja, natürlich, selbstverständlich, ja, aber ihr seid zu berechenbar, ihr seid viel zu berechenbar, hört auf, wieso rede ich überhaupt mit euch? Ja, ihr wisst, was ich meine. So, schnauze jetzt. Wir machen weiter. Gar kein, gar kein Wert, hier irgendwas zu sagen. So. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, manche Sachen macht man im Privaten, manche Sachen macht man im Öffentlichen. So. Das stimmt vielleicht auch. Nur wenn Kameras dabei sind. Er übersieht dabei aber, dass nur er bei Wetten, dass so reden durfte wie zu Hause. Ihr würdet nicht im ZDF wichsen. Er war das Familienoberhaupt. Vor allem weibliche Familienmitglieder und ausländische Gäste haben die ungehemmten, teilweise übergriffigen Sprüche und Aktionen oft einfach geschluckt. Wer würde sich schon trauen, vor 15 Millionen Zuschauern dem beliebtesten deutschen Showmaster wieder Worte zu geben. So, was können Sie die Chinesen aber schnitzeln mit Messer und Gabel essen? Warte mal. No, no, no. Sag mal, recyceln die Italiener auch? Ich denke, die schmeißen alles aus dem Fenster. Und Michelle hat sich schon halb ausgezogen. Es wäre schade, wenn sie sich wieder anziehen müsste. Hier sitzen mindestens 10 Millionen Deutsche und sagen, bring die Frau ins Wasser. Okay, äh, du machst jetzt weiter. Du hast dich lang genug gewährt, aber jetzt ist Schluss. Eigentlich ging es uns ja wirklich nur darum, dich im Bikini zu sehen. Das letzte Mal schon nach der Sendung habe ich versucht, eine von den Tänzerinnen von Ricky Martin zu küssen. Da habe ich aber hier vielleicht einen im Kreuz gekriegt. Du bist eine ganz Stille. Du sagst nie was, oder? Eigentlich hat sie mir versprochen, dieses Hemd andersrum zu tragen, aber sie hat sich doch nicht dran gehalten. You wanted to wear it the other way around. Also wenn ihr sagt, mit dem, was er gesagt hat, hat er recht, ja? Das, was er gesagt hat, mag vielleicht die eine Seite des Ganzen sein. Er kann zu Hause andere Sachen sagen als im Fernsehen, ja? Aber das ist eben die Sache, die er nicht mehr machen kann. Das ist eben das, wo die Gesellschaft sich weiterentwickelt hat. Vielleicht in anderen Sachen nicht, ja? Klar. Also klar, wir biefen mehr, pipapo, ja? Aber manche Sachen sind nicht so gut gealtert. Also insofern, die Leute, die gerade gesagt haben, ja, er hat recht, das war damit gemeint. Das, ja genau, das ist der Haribo-Mann. Ganz genau, das war damit gemeint. Und wenn ihr bei dem immer noch sagt, ja, er hat doch recht, dann ist nicht die Gesellschaft das Problem. Nicht böse gemeint. Aber dann kann man vielleicht versuchen, ein bisschen selbst zu reflektieren. Glück, denn alle sehen gut aus. Die hören auf mein Kommando. Wenn ich jetzt sage, bitte umdrehen, dann drehen die sich alle um. Bitte umdrehen. Dann jammern alles, was davor steht. Du musstest Mutti versprechen, dass du hochgeschlossen kommst, gell? Trau mich gar nicht, dir die Blut... Prüde wird die Welt untergehen. Das hat mit Prüderie nichts zu tun. Mit Prüderie überhaupt nichts. Guck mal, das Kleid zum Beispiel, okay, wenn sie es gerne trägt, wenn sie es selber ausgesucht hat, super, ja? Das heißt aber nicht, dass du da einen Rumpf hingern darfst. Das heißt nicht, dass es eine Einladung ist, Frauen irgendwo zu begrabbeln, auf unangemste Art und Weise. Prüderie ist was ganz anderes. Das ist einfach übergriffig. Das fand ich jetzt zum Beispiel auch Bodypainting, wenn die Frau da freiwillig hingeht und Bodypainting macht, freiwillig, völlig in Ordnung. Danke. Bye, Baby. Richtig, voll auf die Lippe und in Slowmotion noch einmal. No. Vor 20, 30 Jahren galten einige seiner Bemerkungen und Aktionen vielleicht als in Anführungszeichen normal. Damals hat es niemand interessiert, heute bricht die Hölle auf. Doch, das hat damals Leute interessiert. Du siehst ja, wie unangenehm den Leuten das ist. Das ist einfach scheiße. Es ist einfach scheiße den Leuten gegenüber. Wenn du einen Freifahrtschein haben willst, Mädels anzugrabbeln, einfach zu begrabbeln, dann geh in Puff. Dann bezahlen Frauen dafür, die das mit sich machen lassen. Fertig. Oder mach das gerne zu Hause, wenn deine eigene Frau damit einverstanden ist. Fertig. Ja. Es hat schon Leute interessiert. Es hat sich nur keiner getraut, was zu sagen. Es hat sich nur niemand getraut, was zu sagen. Und dann, auch aus dem Grund, weil dann wieder Leute, die ganzen Leute kommen, stell dich mal an. Genau die Leute. Die Aktionen waren oft sexistisch. Die Sprüche waren häufig etwas rassistisch. Nur war das gesellschaftlich eben akzeptierter. Wir finden es gut, dass das heute nicht mehr so ist. Prediges, Bruder. Prediges. Die Cancel Culture Keule zu schwingen, sobald öffentlich die Frage gestellt wird, ob dieser oder jener Spruch nicht vielleicht doch unangemessen war, gerade von jemandem, der für Jahrzehnte einen Sonderstatus in einer starken Machtposition vor einem Millionenpublikum genossen hat, hätten wir mehr Selbstreflexion erwartet. Für uns sind Wetten, dass Kindheit und Thomas Gottschalk eine Fernsehlegende. Doch der Abgang hinterlässt für uns einen bitteren Beigeschmack. Cheers. Ja, ich fand seinen ersten Abgang besser als den zweiten Abgang. Ich fand den ersten Abgang, der erste Abgang war zu einem Zeitpunkt, wo er absolut nachvollziehbar war, aus einem Grund, der absolut nachvollziehbar war. Ja, sehr gutes Video, sehr, sehr gut. Auch sehr gut aufgezeigt, warum überhaupt, weil ich finde das, was er gesagt hat, den ersten Grund fand ich gut, also den kann ich absolut nachvollziehen. Ich kann auch nicht mehr, muss ich zugeben, ich kann auch nicht mehr alle aktuellen Acts, weil die mich einfach auch nicht unbedingt interessieren. Sein Comeback mit Wetten, dass hätte, glaube ich, einfach nochmal so ein Catern an die alten Feelings sein sollen. Weißt, was ich meine? Der hätte einfach nochmal so ein bisschen, drei Sendungen machen wir nochmal, einfach wie in alten Zeiten, vielleicht weniger anfassen, eventuell, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das da gelaufen ist, ich hab keine Ahnung. Aber dann einfach sagen so, ja komm auf die alten Zeiten, wir treffen uns nochmal wie so ein Klassentreffen. Das wäre einfach nochmal schöner gewesen. Genau, so ein bisschen Nostalgiebrille auf und so, ja wie in alten Tagen, einfach nochmal so. Ja, da geht es dann vielleicht auch gar nicht mehr um krasse Wetten, sondern einfach nur mal wieder um zusammenzukommen, mal wieder ein bisschen zu feiern, wie es damals war, sowas in der Richtung. Ja, wäre wahrscheinlich besser gewesen. Ich hätte nichts dagegen, wenn Wetten, dass es wiederkommt, aber vielleicht als neue Show mit einem leicht neuen Konzept, weil ich glaube, von dem, was ich inhaltlich gesehen habe, rein von den Wetten her, würde es immer noch gut in Zeit passen. Das Problem ist nur, ich weiß nicht genau, ob das ZDF die richtige Plattform dafür wäre. Markus Lanz als Moderator, ganz wichtig, Kernelement einfach, ja, Spaßgarantie, sehe ich einfach. Ich könnte mir vorstellen, dass Wetten, dass heute noch laufen würde, aber vielleicht mit neuem Publikum und auf einer anderen Plattform. Auf YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ihr Wetten, dass geguckt? Vermisst ihr Wetten, dass? Oder haben andere Sendungen inzwischen euren Wetten, dass Durst abgelöst, sage ich mal? Natürlich frei ab 18, jeden Freitag um 18 Uhr hier auf Twitch, klar, das guckt man inzwischen, ich weiß, aber sonst, inzwischen wahrscheinlich eher sowas wie Joko und Klaas vermute ich mal. Weiß ich nicht genau. So. Auf YouTube, danke fürs Zuschauen. Simply danke für das Video. Ich lasse euch gleich mal wieder ein Like da und alle tun es mir gleich, wenn ich jetzt einen Link raushaue. Ciao.